Hashtag Rest in Peace Drache trendet gerade auf Twitter. Ich möchte mit diesem Video Aufklärung verschaffen für die, die sich gerade wundern oder es wirklich glauben, dass der YouTuber Drachenlord gestorben ist. Ich habe recherchiert und bin auf folgende Ergebnisse gekommen. Ich vermute, dass der Trend in einem Forum namens Lach schon seinen Ursprung gefunden hat. Dort postete ein User namens Ferdblue heute um 11 Uhr folgendes. Leute, ich weiß durch Krankenhausspione, dass Drachenlord gerade im Krankenhaus ist und OP fertig gemacht wird. Wer ihm also Blumen bringen will, heute ist der richtige Tag. Ebenfalls schrieb er aufgrund Skepsis anderer Foren-User kurze Zeit später. Ist wahr, kann zum Krankenhaus anrufen. Die geben sofort die Zimmernummer her, wenn man sich als Freund oder Familie ausgibt. Kleiner Einschub, ich habe sehr oft gelesen, dass Drachenlord an seiner Gallenblase operiert wird. Vermutlich liegt er also wirklich im Krankenhaus. Ich habe jedoch keine Beweise dazu gefunden. Aber anscheinend sind andere sich da um einiges sicherer. Jemand hat zum Beispiel in dem Forum die vermutliche Klinikadresse gepostet. Der User Sander schrieb folgendes in dem Forum. Wahrscheinlich geht es dann zu Ende mit ihm. Wie jedes Mal, wenn etwas Großartiges passiert. Stellt doch mal ein paar Theorien dazu auf. Das wurde auch getan. Reichlich. Es wurde zum Beispiel ein Fake-Artikel auf einer Seite erstellt, die dem Kölner Abendblatt täuschend ähnlich sieht. Die Auswirkungen des Ganzen kennt ihr ja. Fast 1800 Tweets mit dem Hashtag Rest in Peace Drache wurden bisher verfasst. Unglaublich, welche Auswirkungen das Ganze innerhalb weniger Stunden angenommen hat. Eine derartige Tweet-Welle gab es bereits öfters, zum Beispiel Ende Dezember 2016. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wisst, schreibt es doch in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.